Und bevor Stefanie loslegt, möchte ich sie natürlich noch gern vorstellen. Stefanie lebt seit sieben Jahren in der Gemeinschaft Schloss Tempelhof und berät und begleitet den Weg von Dörfern in Richtung mehr Nachhaltigkeit und Gemeinschaft als Gen-Beraterin. In Gen Deutschland e.V. ist sie als Lenkungskreismitglied verantwortlich für die Vorstandstätigkeit. Und sie hat außerdem in verschiedenen nationalen und internationalen Projekten mitgearbeitet, zum Beispiel am Bau des ersten Earth-Ships in Deutschland am Schloss Tempelhof, dem ETIA, also Öko-Village Transition in Action, Gen International Project, dem Leben in zukunftsfähigen Dörfern und Lernorte für morgen. Stefanie gibt uns jetzt einen Einblick, was die Gen ist, stellt uns das Lebenskonzept Ökodor vor und erzählt uns natürlich, was es mit den Lernorten auf sich hat. Und bevor ich jetzt an Stefanie übergebe, möchte ich euch noch sagen, dass ihr schon während der Präsentation Fragen in den Chat schreiben könnt, die euch im Anschluss in der Fragerunde natürlich beantwortet werden. Und ich hoffe, wir können auch alle beantworten. So, jetzt übergebe ich das Wort an Stefanie. Bitte. Ja. Hallo und vielen Dank, Karin, für die nette Einführung. Sehr gerne. Ich bin ganz glücklich, dass ich heute Abend da sein kann. Wir kennen uns jetzt ein paar Monate über auch unsere Konferenz und die ganzen Kooperationen, die jetzt im alternativen Bereich so stattfinden. Und ich bin super glücklich, dass irgendwie gerade so eine Tendenz wahrnehmbar ist, dass alles mehr zusammenrutscht. Auch wenn wir das physisch gerade nicht können, aber so wenigstens ideell. Und ja, umso mehr ist es einfach gut, wenn immer mehr Initiativen, die unsere jetzt zum Beispiel vorgestellt werden, dass die Leute drankommen. Und es ist eigentlich auch gerade ganz schnell möglich, ohne dass man überall nicht zufahren muss. Eigentlich kann man auch das Gute darin sehen, dass wir jetzt gerade nicht beieinander hocken können, sozusagen. Ja, ich wurde gerade vorgestellt. Ich, wie gesagt, ich wohne in Schloss Tempelhof. Das ist eine relativ große Gemeinschaft im Süden von Deutschland. Ich war hier lange Zeit im Presse- und Öffentlichkeitsbereich tätig und habe hier so verschiedene andere kleine Aufgaben, die ich mir gestellt habe. Aber mein Hauptfokus geht auf GEN. Das ist das Global Eco-Village Network und das ist in Deutschland das Netzwerk der Gemeinschaften, der Ökodörfer, was ein Äquivalent ist. Und spreche heute hier auch für das Unterprojekt Lernorte für morgen, was dem UBA-Projekt Leben in zukunftsfähigen Dörfern angegliedert ist. Alles ein bisschen kompliziert. Aber ich mache es jetzt ganz einfach und ich wollte heute Abend irgendwie mal anfangen mit GEN, bevor ich dann genau auf Lernorte eingehe und auf eure Fragen. Ich glaube, wir machen es so, dass ihr nachher die Fragen stellt. Wenn es ganz furchtbar dringend ist, dann kriegt die Karin das, glaube ich, mit, weil die checkt nämlich die Funktion, die Chatfunktion, wo ihr reinschreiben könnt und dann könnt ihr mich auch unterbrechen. Genau, ich lege jetzt einfach mal los. Jetzt muss ich gucken, ob ich das hier, jetzt kann ich hier, das ist ja klar. Doch, genau, es geht. Ich bin vor fast zehn Jahren an Ökodörfer gestolpert, weil ich gemerkt habe, es gibt so vieles auf der Welt, das zu bewegen ist und was mich so interessiert. Und ich habe mich wiedergefunden in einem Vorort von Karlsruhe mit drei Kindern, einem Job, habe gerade einen großen Verein gegründet, war dabei eine solidarische Landwirtschaft zu gründen und aus irgendeinem Grund hat es mir immer noch nicht gereicht. Ich habe so viel bunte Farben, wie ihr auf der Folie vielleicht seht, ich weiß nicht, sieht man sie? Kriege ich mal ganz kurz? Alles gut. Da habe ich gedacht, irgendwie muss ich mich noch mehr reingeben. Und so bin ich aus der IT-Branche, wo ich im Marketing und Betrieb war, tatsächlich ausgestiegen und bin umgezogen mit meinen drei Kindern und Mann in ein Ökodorf. Und habe mich praktisch voll ins Leben geschmissen in dieser Welt voller Lösungen. Die habe ich dann auch gefunden und dann fing das gleich an mit diesem Oership. Aber bevor ich da reingehe, wollte ich euch mal erzählen, was eigentlich ein Ökodorf ist. Vielleicht wissen es einige schon, ein Ökodorf ist eigentlich eine intendierte Gemeinschaft. Das heißt, Menschen kommen zusammen, um beabsichtigt in Gemeinschaft zu leben. Das kommt von dem griechischen Wort eukos. Und eukos heißt wie Haushalt oder Heimathaus. Und hat jetzt nicht unbedingt nur was mit Ökologie zu tun, sondern kommt eher aus diesem heimeligen Familiennestkontext. Die Ökodörfer haben natürlich ein, vor allem in Deutschland, haben einen großen Fokus auf die Ökologie, also Nachhaltigkeit, Umweltschutz, regenerativen Landbau und so weiter. Aber es ist nicht in erster Linie nur darauf fokussiert, weil in dem deutschen Ökodorf-Netzwerk sind zum Beispiel auch welche, die gar keinen Garten oder keinen großen Garten haben. Also uns ist wichtig, dass wir also Gemeinschaft bilden und auch diesen Gemeinschaftskörper aufrechterhalten mit verschiedenen Methoden und auch mit einer inneren Haltung. Genauso geht es um Solidarität, also den anderen sehen, die Bedürftigkeit sehen, die Nöte sehen, die Infrastruktur sehen, die jemand eben in der Gemeinschaft hat. Uns ist wichtig, dass wir nicht in Schubladen denken und es wirkt sich zum Beispiel auch aus auf den Bereich des Wissens. Wir sind sehr daran interessiert, dass alles, was im Dorf passiert, irgendeine Form von Ausdruck findet, dass andere daran partizipieren können. Also dass Bildung ein Teil ist von dem täglichen Leben, sodass Leben nicht endet und auch nicht an Schranken endet. Ich muss nicht in ein Haus gehen, um zu lernen. Ich muss nicht jemanden anfragen, um zu lernen, sondern ich kann, darf und soll überall die Möglichkeit haben, mir Bildung anzueignen und Bildung aber auch weiterzugeben. Also das ist so ein Geben und Nehmen. Natürlich achten wir, und das ist auch manifest in den Satzungen der einzelnen Ökodörfer und auch in Gen-Deutschland, dass der Dachverband der Ökodörfer ist, dass wir eine nicht nur nachhaltige, sondern enkeltaugliche Lebensweise haben. Und der Unterschied ist da, dass in meiner Ansicht, dass Nachhaltigkeit oft so ein funktionaler Ausdruck ist, also eine Terminologie viel aus der Wissenschaft und aus der Industrie, das auf verschiedenen Säulen beruht, daher kommt es ja, sondern es geht mir neben diesem Funktionalen auch enkeltauglich. Das heißt, was hat denn die folgende Generation wirklich für Bedürfnisse, die hinter diesen Säulen stecken? Also was ist das, nicht das konsumistische, progressive, sondern das menschliche und psychologische da dahinter? Was braucht es für eine Zukunft, in der wir hoffentlich noch viele Generationen leben können? Dazu gehört auch, und da sieht man jetzt zum Beispiel ein Bild hier aus Siebenlinden, dass wir auf eine Art und Weise uns in die Natur einfügen, die natürliche Gesetze achtet und uns als Menschen in unserem Lebenskreislauf, in unserem Lebensrat betrachtet. Und dann geht es viel um, wie ist die Ausrichtung von meinem Haus, wie groß darf mein Haus sein, mit wem lebe ich zusammen, gibt es da Dynamiken drin, was muss ich verändern, welche Materialien umgeben mich und so weiter. Also da geht es auch viel ums Bauen, aber auch für wen bauen wir also die Bewohner. Also generationsübergreifend, genderbetrachtend und auch wenn viele deutsche Ökodörfer sehr weiß sind, sozusagen ist das eigentlich kein Kriterium, sondern eher so, wo wir suchen Menschen, die das praktisch beleben. Was ganz wichtig ist, in unseren Ökodörfern ist sowas wie gewaltfreie Kommunikation, aber auch wie wir Entscheidungen treffen. Und das hat bei den allermeisten, vor allem in Deutschland ist es bei uns sozusagen vorgegeben, ist, dass wir eine basisdemokratische Entscheidungsstruktur haben, sprich wir stimmen im Konsens ab und haben dafür verschiedene Verfahren. Hintergrund dafür ist das All-Leader-Prinzip. All-Leader heißt, dass alle führen können. Das heißt, alle tragen zur Entscheidung bei, das geht vorwärts wie rückwärts. Also ich kann eine Entscheidung mittragen, indem ich entscheide. Ich muss nämlich dann aber auch die Konsequenz dazu, darüber mir klar sein und die auch mittragen. Und bei uns ist es tatsächlich so, dass in den Ökodörfern eigentlich nur die Mitglieder die großen Dinge entscheiden dürfen, weil die Konsequenzen auch von denen getragen werden müssen. Ich glaube, jetzt habe ich alle Punkte mal aufgezählt, die so das deutsche Ökodorf-Netzwerk erfüllen muss. Wir sind eingebettet in die Gen-Familie, die viel größer ist. Ich habe jetzt nur mal die Karte von Gen Europe genommen. Das ist der Dachverband der europäischen Ökodörfer oder Gemeinschaften. Und da gibt es, ich glaube, die letzten Zahlen, die ich gekriegt habe, waren es über 200, die eben diese Anforderungen erfüllen. Und wir sitzen in etwa 26 Ländern und eigentlich ist ganz Europa da drin verteilt. Und die sind ganz unterschiedlich und haben auch überwiegend unsere Statuten, haben aber darüber hinaus noch einen europäischen Auftrag, mehr in der EU präsent zu sein und da auch in Verwaltung und Politik zu agieren. Und wie das aussieht, und ich habe euch einfach gedacht, ich zeige mir ein paar Bilder. Es gibt nämlich nicht das Ökodorf, wo man denkt, die Häuschen sehen alle gleich aus und die Menschen auch, sondern ich würde sagen, also ich kenne alle und ich kenne auch viele, die gar nicht in unserem Netzwerk sind, aber die haben ganz individuelle Besonderheiten. Und Lebensgut Kobstedt zum Beispiel in Thüringen ist eine relativ kleine Gemeinschaft und die hat unglaublich viele Auswirkungen in der Region. Die machen ganz, ganz, ganz viel über Baumpflanzungen. Die haben eine eigene Saatgut, Datenbank, die haben Baum, Bäume züchten die, Obstbäume vor allem und bringen die unter die Menschen in einem total schönen Konzept. Bei denen dreht sich alles ums Draußensein, anbauen, pflanzen und über Pflanzungen und wir können praktisch auch sozusagen eine neue Erde kreieren. Dann Tempelhof, das ist die Gemeinschaft, aus der ich komme, ist im Süden von Deutschland und wir sind 100 Erwachsene und 50 Kinder. Und wir zeichnen uns, glaube ich, aus durch eine Vielzahl an sehr dynamischen, sehr verschränkten und übergreifenden Projekten. Neulich sagte jemand, ihr seid der Tempohof, weil wir so viel Dynamik drin haben und manchmal denke ich auch, ich komme gar nicht mehr mit, mit dem, was wir alles anschieben, wo unsere Energie reingeht und was wir aber auch entscheiden müssen. Aber es ist sehr dynamisch, zum Beispiel freie Schule, solidarische Landwirtschaft, eigenes Bildungshaus, ganz viel politische Arbeit und so weiter. Dann der Lebensgarten Steierberg, macht ganz viel Gemeinschaftsbildung und hat sich einen Namen gemacht als eine der ältesten Gemeinschaften über Gartenbau, dort Experimente und Permakultur. Dann Tonndorf, die haben ein altes Riesengut gekauft mit Schloss und irgendwie das Bild ist für mich ganz typisch bei denen, weil bei denen wird immer irgendwie umgebaut. Und die haben ein ganz, ganz feines Netz gezogen über die ganzen Dörfer drumherum, weil die diese auf so eine ganz feine Art und Weise in die Region wirken, zum Beispiel jetzt über eine neu gegründete freie Schule und über ihre Ausbildungsstätten, dass ganz viele Kinder und Klassen kommen können und bei denen mitarbeiten und gucken können, wie es da zugeht. Und die sind da ganz, ganz rege. Mittendrin leben ist eine relativ junge, kleine Gemeinschaft und die haben sich ein paar Häuser sozusagen gekauft als Genossenschaft, mitten in einem Dorf. Deswegen heißen die auch mittendrin leben. Und das ist auch deren Credo, die wollen mit dem bestehenden Dorf, also mit den eingesessenen Menschen drumherum, wollen die Gemeinschaft leben und sorgen auch ganz viel für nette Begegnungen, zum Beispiel bei Spaziergängen. Und die haben Bücherzellen aufgestellt und im Moment ist alles ein bisschen brachliegend und schwierig, weil sie sich halt auch nicht treffen können und nicht viele große Räume haben. Aber die sind da sehr rege und wollen das Dorfleben an sich einfach wieder aufwerten und eine Dorfmitte schaffen. Und natürlich, Ökodorf Siebenlinden, ganz viele Leute kennen das. Eine ganz alte Gemeinschaft schon, ich glaube, so um die 30 Jahre oder sogar noch mehr. Die sind die Vorzeigegemeinschaft in Sachen ökologisches Leben, so könnte ich das schon sagen. Die bauen nicht nur mit Stroh und Lehm, die leben das wirklich da drumherum auch. Also es ist so, ich habe neulich ein Interview mit ihnen geführt und dann sagte sie so ein bisschen Pipi Langstrumpf-Gegend. Und dann haben sie auch gesagt, ja, und sogar Bulobü. Das ist ein relativ abgeschiedener Bereich, wo die leben. Ganz viel Idylle mit Wald und Wiesen und Riesengarten. Diese ganz feinen Häuser mit einem super Klima. Und wie gesagt, die gibt es schon ganz lang. Die sind etwas so groß wie Tempelhof, also auch so um die 150 Leute. Sehr agil in Sachen Bildungsarbeit. Und für was stehen sie noch? Für Komposttoiletten. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber das ist tatsächlich so. Auf dem ganzen Gelände gibt es keine einzige Wasserspülung. Und alles, was damit so passiert, mit dem, was wir sonst wegspülen, damit haushalten die sozusagen in ihrer Umgebung. Also mit dem Wasser und der Trennung von den Fäkalien und was damit passiert und wer damit zuständig ist. Also es ist wunderbar, wen es interessiert, der sollte da unbedingt mal vorbei. Genau. Und jetzt habe ich überlegt, was sage ich euch, wie es da jetzt aussieht. Und dann habe ich mit Hartmut gesprochen, mit derjenige von Karte von Morgen. Und der sagte, hast du nicht noch mehr solche innovativen Plätze, die in meine Karte reingehen? Und dann habe ich mir den einfach mal genommen und habe gesagt, ja, lass mich mal sehen. Und da habe ich gesehen, ja, so bilden wir im Moment auch ganz oft die Zukunft ab. Also wir versuchen sie handhabbar zu machen bei der Vielfalt von Dingen, die auf uns zukommen im Moment in dieser gesellschaftlichen Wandlungszeit. und beim Konzeptwerk Ökonomie fand ich die Einteilung ganz gut. Die haben nämlich gesagt, also wir gucken uns die Arbeit an und die Bildungssituation und wie bewegen wir uns denn einfach und teilen uns die Aufgaben in ein solches System ein. Und die Karte von Morgen macht das auch. Und auf der Karte von Morgen sieht man zum Beispiel ganz viele, wie soll ich sagen, Initiativen, Bewegungen, Menschen, die einen nachhaltigen Fokus haben. Und diese kleinen Blumen, die man da auch sieht, die sind erkennbar. Die zeigen auch, in welchem Bereich die ganz aktiv sind. Das gilt auch für Dörfer, auch für Ökodörfer. Also diese Einteilung habe ich mir mal angeguckt und in ganz vielen Bewegungen auf dem Dorf findet man diese Einteilung eben auch. Was tun wir für unsere Bürgerpartizipation? Was tun wir gegen den Leerstand? Wie kommen unsere Bürger in eine gute Situation als Pendler? Und so weiter. Die Fragen werden gestellt. So. Und was ist jetzt nun an einem Ökodorf so besonders? Und irgendwie denke ich manchmal gar nicht so ganz viel. Und doch ist es eklatant ganz anders. Weil, wie ich am Anfang schon gesagt habe, geht es um intendierte Gemeinschaften. Das heißt, wir sind nicht an einem Ort, wo man sich aus Versehen kennt oder man sich zufällig über den Weg läuft, sondern wir haben uns gefunden, indem wir uns sozusagen entwurzelt haben aus dem Bereich, wo wir waren, um gemeinsam etwas zu schaffen. Und das macht einen großen Unterschied, weil wir uns den, also innerlich darauf eingestellt haben, dass wir jetzt etwas Neues, anderes schaffen wollen. Und ich bitte darum, nicht zu sagen auszusteigen, sondern ich sage oft umsteigen, weil ich mich ganz bewusst aus dem Nukleus Kleinfamilie und Einfamilienhaus sozusagen lösen wollte in einem Experiment eines anderen Weges, in eine andere Art von Denkweise. Und ich sage das deswegen gerade so ein bisschen stockend, weil, also ich habe mir da auch richtig schwer getan. Ich habe über ein Jahr gebraucht, bis ich mich aus diesen Strukturen lösen konnte, weil ich ziemlich Angst gehabt habe über diesen Absprung aus meinem sehr strukturierten und sehr überlegten und doch sehr gekannten Umfeld und meinem Lebensstil, der mir praktisch auch mitgegeben wurde. Ich habe mich also auf die gleiche Art und Weise bewegt, wie ich das gelernt hatte. Und da bin ich raus, in eine Gemeinschaft, die die ganze Welt in sich birgt und trotzdem anders tickt. Wir haben, ich habe euch hier jetzt das Mandala, also unsere Karte der Regeneration, so heißt die ganz offiziell, finde ich immer ein bisschen blöd, unser Mandala mal mitgebracht. Und das sind die fünf Dimensionen, die eben nicht Säulen sind, sondern eigentlich so wie eine Brille, mit der wir auf Dinge gucken, die wir machen. Und tatsächlich ist das nicht ein Konzept, sondern das ist eine innere Haltung, dass wir alles, was wir angehen, mal prüfen, in welcher Art und Weise könnten wir es denn noch denken, welche anderen Perspektiven haben wir vielleicht vergessen, wo lohnt es sich, eine Anstrengung noch reinzutun, dass noch ein weiterer Aspekt vielleicht mit dazukommt. Und deswegen ist es tatsächlich wie so eine innere Karte, so eine innere, eine innere Schablone, mit der ich handeln kann. Da gibt es ganz viele Fragen, die dazugehören zu diesen einzelnen Bereichen, damit man, glaube ich, ein bisschen wach bleibt. Ich nehme das ganz gern als Tool, um Workshops zu gestalten, Projekte zu beurteilen, zum Beispiel in Dörfern Nachhaltigkeitsstatus quo zu evaluieren und so weiter. Im Wesentlichen sind es die fünf Dimensionen Soziales, Ökonomie, Ökologie, Kultur und die Ganzheitlichkeit. Es geht um sozialen Zusammenhalt und die Integration von Vielfalt, wirklich in jedem Tag, in jeder Aktion. Es geht ganz viel um Kultur, Ökologie in Lebens- und Bauweisen, um Gerechtigkeit und Solidarität und der Blick auf das Ganze. So, jetzt kommt eine komische Folie, Beispiel eines Ökodorfs. Und dann habe ich jetzt mal diese Kriterien, die wir gerade im anderen Dorf gehabt haben, habe ich mal genommen und die hier draufgelegt und dachte, wie fülle ich denn das für ein Ökodorf? Und was rauskam ist, und das ist, lasst euch nicht erschlagen, ich will nur einfach zeigen, wie vernetzt es ist, ist diese Folie. Die kommt aus meiner Promotion zu soziotechnischen Innovationen aus der Nische und ich habe einfach mal geforscht, wie füllen wir denn diese großen Begriffe, um die Zukunft zu strukturieren. Weil ich gemerkt habe, um das es nämlich bei uns gar nicht so geht, dass ich so säulenhaft denke. Meine nächste Folie wäre die, aber die zeige ich euch gleich, warum das so ist. Ich habe einfach, ich könnte jetzt mal vorlesen, was ich davon meine, wenn ich sage, wir wohnen gemeinsam. Wir haben einzelne Häuser, wir sind in einen Bestand gezogen am Tempelhof. Das heißt, die Häuser waren da und wir mussten gucken, mit was wir hier zurechtkommen. Wir haben uns committed zum Beispiel auf 20 Quadratmeter pro erwachsene Person. Die Kinder haben zehn und mussten den bestehenden Wohnraum sozusagen aufteilen in das, wie wir leben wollen. Das ist schon mal ungefähr, so ganz grob, ungefähr die Hälfte von dem, was ein Bundesdurchschnittsbürgerin so hat an Wohnraum. Warum wir das machen, hat einen Grund, wir haben nicht mehr. Das wäre der offensichtlichste Grund. Der zweite Grund ist, wir wollen eigentlich auch nicht mehr, weil wir uns reduzieren wollen aufs Wesentliche. Und das Wesentliche ist nicht, dass wir schöner wohnen, sondern dass wir im Einklang sind mit uns und so wenig wie möglich Energie verbrauchen und eigentlich so eine Haltung haben wie, ich brauche nicht viel Materielles um mich herum, um in diesem Leben glücklich und verbunden zu sein. Das ist auch ein Beispiel, wie wir dann damit umgehen, wenn es darum geht, dass jemand sich verändern will. Also Kinder ziehen aus, Paare trennen sich, Paare kriegen Kinder und brauchen mehr Raum, wie auch immer. Und wir machen das in Eigenverwaltung. Und es geht dann nicht so, dass wir Dinge ausschreiben, sondern es gibt Listen und da steht drin, welcher Raum wie zur Verfügung ist. Und als Beispiel, was das für uns dann heißt, ist so, wir gehen in ein Plenum, in ein Sozialplenum, das haben wir einmal die Woche. Und da geht es nur um Themen, die persönlich sind. Und dort sagen die entsprechenden Leute dann, was sie zum Beispiel, wie sie sich verändern wollen, was sie brauchen, wie sie sich zukünftig vorstellen. Und das sagt sich so lapidar. Und der letzten großen Ansturm, den wir da hatten, war vor etwa zweieinhalb Jahren. Wir nennen das Wohnraumkarussell. Und da kamen abends drei Menschen in das Sozialplenum, hatten sich so abgesprochen, haben gesagt, sie möchten sich verändern und sie wissen aber nicht, wie es geht. Und wir haben dann nicht gesagt, okay, welcher Wohnraum gibt es? Sondern was dann entstanden ist, und das ist eben Gemeinschaft, ist zuhören, welche Bedürftigkeit, welche Sorgen und Ängste da sind. Und das kann sein, ich habe mich von meinem Partner getrennt oder ich halte es einfach nicht mehr aus mit meinem jugendlichen Sohn. Oder nach 20 Jahren Ehe brauche ich mal ein eigenes Zimmer oder was auch immer. Das heißt, es sind sehr persönliche Gründe, die da besprochen werden. Dafür braucht es viel Vertrauen, dafür braucht es auch viel Hörraum ohne Bewertung und auch nicht sofort eine Lösung. Aber warum ich das erzähle, war, das Ende vom Lied war, dass wir nach dem Abend 23 Menschen hatten, die sich auch verändern wollten. Und dann ging es los. Wir haben über zweieinhalb Monate, haben wir dann geredet und gerungen und WGs aufgelöst und umgelöst und Familien hin und her, bis dann alle 23 von 100 sich neu gefunden hatten. Und das ist jetzt einfach nur ein Bereich, wie wir ganzheitlich auf die Dinge gucken. Es ging dann auch ganz viel über Wohnraum anders gestalten, neu denken. Da ging es auch plötzlich darum, dass die Jugendlichen einen anderen Raum brauchen. Den hatten wir aber nicht. Dann haben sie gesagt, dann kreieren wir uns den selber. Dann haben sie sich selber einen Teil der Scheune ausgebaut. Damit entstand dann wieder wie so eine kleine Ausbildungsreihe bei den Jugendlichen. in Sachen Handwerk. Sie mussten sich selber organisieren. Sie haben die Handwerker mit einbezogen und die Maschinen kennengelernt und so weiter. Was auch damit einhergeht, ist zum Beispiel, wir haben eine gemeinsame Rechnung bei Strom und bei Heizung. Das heißt, entweder ich kann mich jetzt zurücklehnen und sagen, dann ist ja wohl alles egal. Aber es ist überhaupt nicht egal, wenn uns alles und allen gehört. Wenn am Ende des Jahres die Heizung und die Stromrechnung höher ist. Und dann geht es plötzlich alle an. Und deswegen sitzen wir wie in einem Boot und sagen, also wir möchten da gern sparen. Was natürlich auch einhergeht, ist, dass so ein Raum schon auch viel abverlangt. Wir sitzen da manchmal zu 65st oder auch zu 70st oder zu 50st. Und ich erzähle dann über meine Partnerschaft, die nicht funktioniert oder über meine Stresssucht oder dass ich nicht genug verdiene oder mein Bedarfseinkommen nicht reicht oder was auch immer. Und das erfordert, glaube ich, von allen viel. Also ich muss mich darauf einlassen, dass ich, wenn ich sprechen will, in so einem großen Großfamilienraum, dass ich authentisch bleibe, wirklich von meinen Bedürfnissen rede und mir aber auch Spiegel gefallen. Spiegel heißt zum Beispiel, dass Menschen darauf reagieren und sagen, ich verstehe das nicht. Warum ist denn das so und so? Oder ich höre da eigentlich das und das Bedürfnis oder die und die Angst da dahinter. Oder wie siehst du das? Also, dass da reflektiert wird und dass man sich da ganz vielen Menschen stellt und auch ganz viel Resonanz da sich auch abholen kann. So verfahren wir zum Beispiel auch in diesem Krisenrat, der unter persönlichen Entwicklung steht. Wir haben jetzt auch zum Beispiel Corona-Räte. Wir haben einen Solidartopf, der braucht immer wieder mal Betrachtung. und dann kommen wir zusammen und sagen, wie sind denn unsere Gehälter? Warum gehen die bei uns auseinander? Machen wir ein neues System mit einer gemeinsamen Ökonomie oder nicht? Und das geht alles einher und zeigt sich jetzt zum Beispiel bei diesem Wohnraumkarussell. Da kommen so viele Themen auf den Tisch. Und so könnte ich jetzt durch ganz viele Bereiche durchgehen. Und deswegen war meine Folie mal, die muss ich auch jetzt nicht weiter kommentieren, aber die zeigte mal, was zusammenhängt und welche Themen wo aufkamen. Und da wird der Unterschied deutlich zu einem normalen Dorf, dass wir sozusagen nichts mehr voneinander trennen können. In einem normalen Dorf mache ich die Tür zu und was der Gemeinderat beschließt, das kriege ich am Rande schon auch mit, wenn der mal eine neue Straße baut und ich jetzt nichts mache. Aber bei uns geht es einfach irgendwie gar nicht. Bei uns wird vorher noch diskutiert, welche Handwerker dabei sind und wie das bezahlt wird aus unserem Topf und aus der Stiftung oder aus dem Verein. Also wir kommen um unsere Pflichten, die wir für dieses Dorf haben, nicht drumherum, wenn wir unsere Rechte auch haben wollen. So, genau. Das war meine lange Rede zu dieser relativ komplexen Folie. Lernorte für morgen. Das ist ja die zweite kleine Überschrift für diesen Vortrag. Ich gucke mal ganz kurz auf die Uhr. Ist ein Unterprojekt von Leben in zukunftsfähigen Dörfern. Dieses ist eine Kooperation von diesen, eben diesen Ökodörfern mit traditionellen Dörfern und eine Beratung beziehungsweise eine Begleitung dieser Dörfer Richtung mehr Nachhaltigkeit. Das lief oder läuft seit 2017 in unterschiedlichen Konstellationen, immer in Paaren. Ein Ökodorf hat eine Kooperation mit einem traditionellen Dorf und die erarbeiten sich eben aus diesen verschiedenen Bereichen, mit diesen verschiedenen Fragestellungen, neue Lösungen oder neue Ansätze und machen dort Projekte. Und Lernorte für morgen ist ein Portal, das haben wir aufgesetzt, die Simone Pritsch und ich, zusammen mit dem Felix Wolfsteller, in dem wir zeigen, dass aus diesen Gen-Ökodörfern, Ökodörfern, die ein Bildungshaus oder einen Seminarbetrieb haben, was denn da hinsichtlich Nachhaltigkeit passiert. Das Kriterium von diesen 32 Lernorten, die wir sind, oder wir sind sogar, glaube ich, 34 jetzt, ist, dass Orte sind, an denen nicht nur nachhaltig, ökologisch, enkeltauglich, fürsorglich gelebt wird, sondern dass dort das Leben und Arbeiten sozusagen Hand in Hand geht und die Menschen, die sich dort bilden oder die etwas Neues entdecken wollen, nicht in einer künstlichen Blase sind in Form von einem Seminarhaus, wo halt Referenten und Menschen zusammenkommen und dann wieder auseinandergehen, sondern das ist ein gelebter Experimentierraum, sage ich jetzt mal. Und diese Plattform soll dies zeigen. Die zeigt zum einen, welche Orte das sind in Deutschland und es werden immer mehr. Wir haben die Plattform jetzt vor etwa einem Jahr aufgesetzt und durch die Corona-Zeit ist uns ziemlich viel einfach nicht passiert, weil gar nicht Veranstaltungen stattfinden konnten und die Projekte zum Teil einfach gar nicht richtig weiter gingen. Aber was ihr dort seht, ist eine Karte mit den Lernorten und die Themenfelder, in denen wir praktisch die Angebote aus diesem ganzen Spektrum geclustert haben. Was ihr dort auch findet, ist ein Pool an Referentinnen, die dort leben und dort Kurse geben und für verschiedene Fragen eben aus diesem ganzen Katalog zur Verfügung stehen. Ganz wichtig ist der Veranstaltungskalender. Der ist natürlich selektierbar nach Ort und Zeit, was es alles gibt und wer dafür verantwortlich ist und was man dort einfach für sich neu erleben kann. Wir haben natürlich auch Bedingungen und die, habe ich ja gerade schon erwähnt, heißen, dass das ein nachhaltiger Ort ist, in dem gemeinschaftlich gearbeitet wird und es geht um Leben und Lernen gleichzeitig und nicht Theorie statt Praxis. Und das sind, wie gesagt, Lebens- und Lernorte in einem und wir wollen da das Wissen aus diesen Orten praktisch erfahrbar machen. Und deswegen laden wir da auch immer wieder dazu ein. So, jetzt wäre ich eigentlich an dem Punkt, wo ich sage, der Vortrag wäre zu Ende. Ich hätte noch ganz viel zu Jen zu sagen, aber ich glaube, ich würde jetzt mal zur Katrin rüber gucken. Vielen Dank, liebe Stefanie, erst mal. Ja, wir haben jetzt schon die ersten Fragen. Ist also wirklich ein spannendes Feld, vor allem für Leute, die da ganz neu auf dem Gebiet sind, die sich vielleicht gerade am Anfang ihrer Transformation befinden oder eben mit der Idee, sie möchten ihr Leben anders gestalten, nachhaltiger gestalten. Insofern ist das ein immer wichtigeres Thema. Wie kann ich das wissen, was kann ich erfahren oder wie bekomme ich die wichtigen Informationen und die Begleitung, die ich brauche auf dem Weg in eine so eine Gemeinschaft? Da haben wir jetzt schon mal eine Frage, wie die Prozesse ablaufen. Also das heißt, wenn ich mit meiner Familie in ein Ökodorf umsteigen möchte, wie ist das so, wie ist das Prozedere? Wie stellt man das an? Ja, also meistens ist doch ein individueller Prozess, weil jedes Ökodorf anders ist. Aber ich würde sagen, eben zum Beispiel, wenn man den inneren Wunsch hat, irgendwas kennenzulernen, dann gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten, zu diesen Ökodörfern zu kommen, eben über so Karte, Karte von morgen, Lernorte für morgen, Bring Together, Zukunftskommunen, wie sie alle heißen, die sind gute Anlaufstellen, um einfach mal zu sortieren, was es denn gibt. Und dann meistens gibt es Info-Cafés, Kennenlernwochenenden, Besuchertage, Besucherevents, die die Möglichkeit bieten, dass man mal schnuppert, dass man mal mit einem, zwei, fünf Leuten von dort spricht, sich die Gegend anguckt, vielleicht mal ein Seminar belegt oder ein Festival mitmacht und da so ein bisschen ein Feeling dafür kriegt, gefällt mir eigentlich die Gegend, gefallen mir die Häuser, gefällt mir die Stimmung dort. Und da ist zum Beispiel Lernorte für morgen so eine Möglichkeit zu sagen, mich interessiert irgendwie, mich interessieren Bienen, wird das irgendwo angeboten und wo kann ich denn da anknüpfen? Also es gibt themenspezifische, aber auch ganz individuelle und offene Formate, wo man einfach hin kann und dann wird es sehr individuell. Ich kann jetzt, die meisten Gemeinschaften oder Ökodörfer haben so einen Annäherungsprozess, der sich über mehrere Monate bis zu einem Jahr zieht, indem er teilnimmt einfach an Aktionen und seien es Schulaktionen oder Ernteaktionen, mit Menschen spricht, sich einbringt. Ich glaube, um das geht es. Und wir haben es ein bisschen formalisierter, bei uns muss man sogar zwei, drei Kurse besuchen, damit man die ganze Struktur und wie wir ticken und was es bei uns braucht und wie man bei uns lebt und wie viel Geld man braucht und so kennenlernt. Und aber auch die Arbeitsweise, wie wir miteinander arbeiten und auch feiern, also die Lebensweise noch. Ich würde sagen, es gibt viele Anknüpfpunkte und es gibt viele individuelle Wege da rein. Ich glaube, man muss sich einfach nur aufmachen. Aber denkst du nicht, es ist vielleicht einfacher, wenn jetzt eine Familie oder auch eine einzelne Person sich entscheidet, sie schließt sich so ein Ökodorf an und wird da mehr oder weniger langsam herangeführt. Aber wie ist denn das, wenn jetzt eine Gemeinschaft sich zusammenfindet und sagt, wir möchten das auch in die Richtung, wie fangen die an? Glaubst du, dass sowas überhaupt ohne eine Anleitung oder Begleitung funktionieren kann? Wie siehst du das? Wie ist das aus deiner Sicht? Also ich glaube schon. Vielleicht nicht in Gänze. Also was ich auf keinen Fall nicht machen würde, ist eine Beratung holen oder mit Menschen sprechen, die das schon getan haben und sich bestehende Projekte angucken, weil es ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten gibt, so eine Gemeinschaft zu gestalten. Was einem klar werden muss, es ist nicht die Romantik und nicht das idyllische Leben auf dem Land, sondern es ist sehr viel Bewusstheit über das, was man selber will und was die Gruppe ausmacht, also welches ist der gemeinsame Kern, den man hat, bevor man da loszieht und irgendwas sucht oder kauft. Ich kann mich an den Oership-Prozess erinnern, ganz viele Leute kamen aus überall, aus ganz Europa und haben gesagt, wir wollen auch so ein Oership bauen und dann kamen sie zu zehn, zu zwölf und ich weiß nicht, wie viele Abende ich mit denen zusammensaß und habe gesagt, ja schön und gut, ihr seid Gemeinschaft und ihr wollt was bauen. Was macht euch aus und wie kriegt ihr das Geld und die ganze Orga hin für diesen Bau? Und an diesen zwei, drei Fragen haben wir nächtelang diskutiert, weil das ihnen gar nicht klar war. Weil das heißt tatsächlich, ich nehme mich auch raus aus dem Gewohnten und gehe in etwas rein, was Gemeinschaftskörper heißt und es gibt Gemeinschaftsberatung und es gibt andere Gemeinschaften, die man durchaus fragen kann und ich würde das sehr empfehlen, weil es ist ein holistischer Prozess, also ein ganzheitlicher Prozess. Es reicht nicht, wenn ich nur einen Verein gründe oder ein Haus kaufe. Es hängen ganz viele Sachen noch mit dran. Klar, Bring Together zum Beispiel, allein wenn man auf die Webseite guckt, sieht man ja, wie viele unterschiedliche Aspekte da wichtig sind und mit denen ich mich eigentlich neu auseinandersetzen muss, wenn ich aus dem Kontext komme, wie ich habe bisher eigentlich nur in meiner Familienstruktur oder für mich selber gedacht und jetzt soll ich das für viele machen mit vielen neuen Fragen hintendran. Ich glaube, es geht auf jeden Fall nicht hoppla hopp und es ist viel die ehrliche Frage, was will ich denn eigentlich? Und wir stellen sie uns oft zu wenig, glaube ich. Ich würde gerne mal in die Runde fragen, wer denn eine konkrete Frage hat. Der darf sich gerne melden oder traut sich niemand zu fragen? Habe ich zu schnell und zu viel geredet? Das kann natürlich sein. Hat niemand eine Frage? Nein. Gut. Dann frage ich einfach weiter. Ah doch, da war irgendwo eine Hand. Satz-Moment. Ja, die Tina. Ja, die Waffnimia. Mich würde interessieren, ob die Ökodörfer wachsen, also ob die an sich größer werden oder ob mehr neue Ökodörfer oder andere Lebensformen gegründet werden und ob es viel Austausch zwischen den Ökodörfern gibt, wenn man das von dem gesagt hat, jetzt habe ich zehn Jahre hier gelebt, jetzt möchte ich mal das Nachbardorf probieren, wie das da so funktioniert. Oder ob viele auch weggehen, wie da so die Bewegung und Wachstum in den Ökodörfern ist. Kannst du dazu was sagen? Ja. Also es gibt ganz viel Bewegung und zwar im Moment wieder ganz viel in Richtung Wachstum der einzelnen Ökodörfer. Es kommen viele Menschen dahin und möchten es sich angucken und gerne teilnehmen. Der Reiz von bestehenden Ökodörfern oder Gemeinschaften ist eben, dass oft schon Infrastruktur da ist. Wenn man neu gründet, muss man das alles selber schaffen. Und wenn man mit Pionieren da in dem Bereich redet, merkt man, wie viel Lebenszeit da auch reingehen kann. Und auch Burnout ist in Ökodörfern keine Seltenheit. Im Moment ist eine unglaubliche Bewegung in unserer Gesellschaft drin. Es gibt ganz viele Neugründungen. Ganz viele Menschen machen sich auf, suchen auch Objekte, suchen noch Mitmacherinnen. Und trotzdem, jedes Ökodorf, das besteht, nimmt auch noch Menschen auf in unterschiedlicher Geschwindigkeit. Wir haben zum Beispiel, wir nehmen immer noch Menschen auf und haben aber gerade das Problem, dass wir keinen Wohnraum haben. Wir sind gerade dran. Wir gestalten gerade, oder wir machen gerade Pläne und gestalten gerade unsere ganzen Grundstücke neu, aber die Häuser sind halt noch nicht da. Das heißt, wenn man zu uns kommt, kann man jetzt praktisch überall mitmachen, aber noch nicht mehr auf dem Platz wohnen. Und so geht es bei manchen auch. Und natürlich, Ökodörfer der Menschel ist ganz normal. Manche ziehen auch mal wieder weg und dann wird wieder was frei und manche verändern sich beruflich oder wie auch immer. Also in alle Richtungen. Und zum Austausch, ich würde sagen, also ich bin jetzt ganz aktiv in GEN, in diesem deutschen Ökodorf-Netzwerk und wir sind in sehr regem Austausch. Und jetzt geht gerade gedanklich eine Klammer auf bei mir. Seit neuestem gerade nicht so arg und da kommt mein persönlicher Schmerzgrad, dass Corona uns gerade so viel unterbindet, weil diese ganze Szene lebt natürlich vom Menschsein und sich treffen. Und ich habe die letzten 13 Monate, glaube ich, sechs Großveranstaltungen für den Mülleimer organisiert, weil sie alle nicht stattgefunden haben und wir kommen eigentlich nicht mehr zueinander. Und so langsam merke ich, dass allen ein bisschen der Atem ausgeht und das Zwischenmenschliche einfach verhungert, weil wir uns nicht mehr sehen können und da helfen manchmal solche Online-Formate nur bedingt. Das ist richtig. Die Susa hätte eine Frage. Susa, hast du dein Mikro an? Ja. Susa muss erst mal ihr Mikro wieder anmachen. Moment, jetzt habe ich hier gerade später was im Blick. Ja, hallo, vielen Dank für den Vortrag. Fand ich ganz toll. Ich wollte nochmal auf das Thema abheben, Lernorte für morgen. Da hast du gerade das Stichwort Großveranstaltungen absagen gegeben. Ich habe leider die Website nicht gesehen. Das werde ich jetzt nachholen. Fand ich unheimlich spannend. Was bedeutet das nochmal ins Detail Lernorte für morgen? Ist das Lern, lernt ihr? Das ist ja ein gefördertes Projekt über die Orte oder geht man als Besucher in die Orte, lernt dort oder alles zusammen? Also was genau ist das nochmal? Also das ist eine Plattform, die zeigt, wo es solche Experimentierorte gibt oder Dörfer des Wandels oder Ökodörfer oder Gemeinschaften. Das ist die Plattform, wo Seminare gezeigt werden oder Workshops oder Veranstaltungsformate, die eben dies berücksichtigen, dass wir zukunftsgerichtet sind. Dort sind nicht nur Gen-Gemeinschaften, sondern alle die Orte, die wir halt kennen und an die wir herangetreten sind, die diese Kriterien erfüllen, dass dort gelebt wird und gelernt. Also dass wir nicht diese isolierten, wie ich vorhin gesagt habe, isolierten Seminarhäuser haben, wo man einen Kurs bucht, da geht man hin, da hat man eine Hotellerie dabei und ein Catering und dann geht man wieder weg. Sondern wenn man dorthin geht, dann tritt man praktisch ein in so einen Gemeinschafts- und Zukunftskörper, sage ich mal, in dem dann zu bestimmten Themen geworkshopt wird oder gefeiert wird oder gelernt wird. Deswegen sind es die Lern- und Lebensorte, müsste es eigentlich ganz echt heißen. Also da sind jetzt die Ökot-Dörfer dabei, aber auch zum Beispiel Radusch oder nirgendwo in Berlin oder die Spree-Akademie oder solche Inseln, die jetzt Bildungsarbeit in ihrem Lebensort machen. Das heißt, es ist ja auch jetzt ein wenig eingeschränkt, weil das eben auch alles sehr von Mensch zu Mensch stattfindet und dort ein gelebtes Zeigen und Lernen ist. Ja. Als wir die Lernplattform kreiert hatten, haben wir gedacht, wie kriegen wir denn die Hunderte von Veranstaltungen abgebildet? Und als wir soweit waren, das war im Mai letzten Jahres, war ja alles abgesackt. Und deswegen ist auch der Veranstaltungskalender gerade so relativ dünn. Aber das ist, weil alles abgesackt werden muss im Moment. Ich hätte jetzt, wenn jetzt keiner in einem anderen Moment eine Frage hat, dann würde ich noch mal eine Frage stellen, nämlich, was die größten Herausforderungen einer Gruppe auf dem Weg in der Gemeinschaft ist. Also wenn so eine Gruppe gerade so frisch zusammenkommt, was ist aus deiner Sicht die größte Herausforderung? Ist es die, sagen wir mal, zu überlegen, welche Organisationsformen nehme ich? Oder was sind die größten Knackpunkte? Also was sind die größten Knackpunkte? Ich glaube zunächst mal Vertrauen aufbauen. und Verbindung schaffen und sich einlassen auf einen Prozess von persönlichem Wachstum. Also Selbstreflexion, Sprechen über Gefühle, sich hinterfragen. Ich glaube, das ist ein wesentlicher Punkt. Ich glaube, das ist wahrscheinlich das, womit sich die meisten Menschen am schwersten tun, nämlich ihre eigenen Gefühle gewahr zu werden. Also sprich, auch darüber dann noch zu sprechen, ist ja schon eine Steigerung, mehr oder weniger. Ich merke halt immer, dass sehr viele gar nicht wissen, was ihre eigenen Bedürfnisse überhaupt sind. So, und da geht es ja eigentlich schon mal los. Sich dessen bewusst zu sein, was will ich überhaupt, was ist gut für mich, was tut mir gut und dann eben darüber auch noch zu sprechen. Ich glaube, das dürfte so ziemlich das Schwierigste für manche Menschen sein. Also die Extrovertierten haben jetzt weniger Probleme, aber es gibt aber sehr viele Leute, die eher introvertiert sind. Und wie bricht man das auf oder wie hilft man denen in dieser Situation? Die wollen was verändern, aber brauchen da einfach Unterstützung. Wie macht man das? Ja, ich würde auch nicht nur sagen, dass es darum geht zu artikulieren, was ich will, sondern warum ich es eigentlich will. Also ich kann schnell sagen, ich möchte eine Vier-Zimmer-Wohnung, weil wir zu dritt sind. Das ist wie, ja? Ja, klar, das ist ganz pragmatisch. Aber wenn es das nicht gibt und ich kann nur auf zwei Zimmer wohnen, dass ich dann wirklich darüber nachdenke, warum brauche ich denn eigentlich mehr Platz? Was ist denn das wirkliche Bedürfnis dahinter? Und könnte ich auch mal das anders machen, als ich denke, dass ich es brauche? Und könnte ich es auch mal mit jemand anders machen, als ich eigentlich denke, dass ich es sonst üblicherweise machen würde? Also das meine ich mit nicht in das Gelernte, was ich sonst üblicherweise mache, sondern raustrete und mal andere Blicke auf mich zulassen und die aber auch mal integriere. Also dass sich in mir was anderes öffnet, als ich bisher kenne. In unserer freien Schule, die wir am Platz haben, geht es eigentlich nicht um Bildungswissen, sondern also Faktenwissen, sagen wir es mal, oder Sachwissen, sondern es geht um die zur Verfügungstellung von einer Umgebung, die mich denken lässt, wie ich mich entwickeln möchte. In unserer Schule verlernt man eigentlich das Lernen in dem Sinne, wie soll ich sagen, es gibt eigentlich Raum, um mich selber zu entdecken. Und das Spannende ist nämlich, wenn bei uns Kinder in unsere Schule kommen, die nicht nur die Kinder müssen schon verlernen, mit was sie kommen, sondern ganz viel die Eltern. Weil die Eltern eigentlich immer so eine Erwartungshaltung haben, dass irgendwas passiert. Und zwar zu dem und dem Zeitpunkt. Und die Kinder haben ihre ganz eigene Geschwindigkeit, ihre ganz eigene Sozialisation, Sozialisation, weil alles, was wir so denken, was als Bildung an Parametern da sein muss, also ein Haus, ein Lehrer, Material, Zeitpunkte, Schulranzen und so weiter, das fällt da einfach weg. Bei uns ist die Schule nachmittags fast so voll wie vormittags, obwohl gar keine Schule ist. Das ist ja unglaublich. Ja, weil die Kinder dort einfach sind, weil sie sagen, dort habe ich ja alles, was ich brauche. Und da gibt es aber zum Beispiel keine Lehrpläne in dem Sinn, dass irgendwas abgehakt werden muss, sondern da gibt es Gespräche mit Schülern, auf was sie Lust haben und das wird ermöglicht durch die Lernbegleiter und die Kinder strukturieren sich und holen sich, was sie eigentlich brauchen. Und dann, wenn man an dieses Mandala, das ich vorher gezeigt habe, denkt, kommen ja ganz andere Dinge rein. Die sagen nicht, ich mache jetzt Bio und lerne, wie sich die Pflanze entwickelt, sondern die gucken mal und pflanzen und sagen, hä, die ersten Blätter sehen ganz anders aus, also die Primärblätter sehen ganz anders aus als die nächsten und warum sehen die alle so ähnlich aus und dann kommen sie von dem zu dem zu dem und müssen sich dann irgendwie, wie meine Tochter, die kam gestern und hat gesagt, sie belegt sich jetzt ein Beet an, weil sie verstehen will, wo unser Gemüse herkommt. Jetzt will sie es irgendwie selber machen. Und lernt da aber jetzt zum Beispiel Bagger fahren, weil die müssen das mit dem Bagger anlegen. Und jetzt kam ein Freund rein, der hat bei uns jetzt Fliesen gelegt mit meiner Tochter und jetzt hat sie Zutrauen, dass sie mit ihm jetzt Bagger fährt. Also so, so kleinst vernetzt. Also ich hoffe, ich konnte jetzt ein Beispiel bringen, wie das so gehen kann, dass es nicht heißt, wir gucken uns jetzt die Pflanze an, sondern ja, wo kommt denn eigentlich unser Gemüse her und meine Tochter sagt, jetzt braucht sie noch einen Folientunnel, weil das machen die ja in der Gärtnerei auch und so kommt die jetzt langsam dahin. Und das ist nur ein Beispiel. Also da geht es nicht um Bio und Mathe, sondern um ich möchte was erreichen und was brauche ich denn dafür. Und da ergibt sich das so. Und das ist ganz nett, wenn man holistisch drauf guckt, dass da mehrere Bereiche dran sind. Und sie kann es zum Beispiel nicht allein machen. Also muss sie sich Mitstreiterinnen, also nicht Streiter, aber Mitmacherinnen suchen, weil sie ja alleine das Projekt gar nicht hinkriegt. Braucht es also Sozialkompetenz. Wir haben jetzt hier eine Frage von der Steff, die hätte gerne den Link. Moment, jetzt muss ich mal gerade schauen, von der Homepage. wo die verschiedenen Lebensorte und Gemeinschaften aufgelistet beziehungsweise abgelistet sind. Also einmal ist es gen-deutschland.de gen-deutschland.de Das hätte ich noch vorbereiten können. Und das andere sind die Lernorte für morgen. Wenn ihr Lernorte für morgen eingebt in eurer Suchmaschine, dann findet man das. Genau. Lernorte für morgen. Okay. Danke. Ich habe noch eine Frage zu diesen Organisationsformen, weil da gibt es ja nun unterschiedlich Basisdemokratisch, Soziokratisch, Holographie und was weiß ich auch immer. Für jemanden, der da auch neu einsteigt, ist das wahrscheinlich erst mal so ein Buch mit sieben Siegeln. Könntest du da noch ein bisschen was dazu sagen? Nach welchen Kriterien wird was ausgewählt? Was ist für welche Gruppe geeignet? Hast du da irgendwie eine Richtung? Oder? Fange ich jetzt an? Also die häufigste Form, wie wir in den Ökodörfern verfahren bei Entscheidungsprozessen, ist meistens die basisdemokratische Entscheidung. Und die setzt sich meistens aus mehreren Stufen zusammen. Da macht es jeder ein bisschen anders. Wir haben jetzt zum Beispiel sechsstufiges Verfahren. Wenn wir jetzt zum Beispiel abstimmen, der Bau einer neuen Gewerbehalle kostet 900.000 Euro und da gibt es viele Prozesse vorher, also das ist jetzt die Abkürzung so, stimmen wir dem zu. Und dann hat jeder eine Stimme in diesem ganzen Prozess. Egal, ob du jetzt Projektleiter bist oder eigentlich gar nichts damit zu tun hast. Wir tragen das nämlich gemeinsam. Und die sechs Stufen sind Ja, ich habe leichte Bedenken, ich enthalte mich, ich habe schwere Bedenken, ich stehe beiseite und ich habe ein Veto. Und ich kann, das wird abgefragt und zwar machen wir das so, wir machen erst ein Meinungsbild und da werden eigentlich alle gehört, es sei denn, sie wollen nicht, aber Veto, beiseite stehen und schwere Bedenken werden auf jeden Fall gehört. Und du kannst dich auch nicht, du kannst nicht sagen, ich habe ein Veto und dann nichts sagen. Du sitzt da mit 50 Leuten und die wollen eine Begründung hören. Das kann auch sein, dass ich sage, für mich stimmt da irgendwas nicht mit Preis oder das Team oder der Standort oder was auch immer, aber du kannst dich nicht verstecken, weil wir tragen das nachher auch gemeinsam. Also das ist so das Wesentliche. Natürlich machen wir auch manchmal Widerstandsabfragen, wenn es heißt, wir wollen nur noch oder wir wollen fünf Wochen im Jahr keine Gäste am Platz haben, weil wir mal Ruhepausen, gibt es da Widerstand oder nicht? Und das geht halt über diese Handzeichen. Und ja, wir haben auch soziokratische Strukturen und Soziokratie heißt es, im Wesentlichen abgekürzt ist es so, dass man nach, also Menschen können gewählt werden aufgrund ihres Seins, wie sie am besten zur erfüllenden Position passen. Also da ist eine Stelle frei oder zu besetzen und Menschen würdigen andere Menschen, weil sie sie dort sehen. Das ist ein sehr wertschätzender Aspekt in diesem ganzen Wahlprozedur, dass ich sage, ich schlage den Armin vor, der hat für mich die und die Qualitäten, die passen auf den und den Job. Und so wird ganz viel transparent, was Menschen über andere Menschen wertschätzend denken. Das ist ein ganz schöner Prozess. Die Linda hat eine Frage. Ja, jetzt wollte ich es gerade schreiben, aber dann frage ich es so. Ich wollte mal ganz pragmatisch fragen, wie es denn mit der Finanzierung aussieht. Also ich kann mir das irgendwie schlecht vorstellen. Also behält man quasi seinen normalen Job, aber es funktioniert ja wahrscheinlich nicht immer, wenn man so ein bisschen abgeschieden im Dorf irgendwo wohnt. Also ich kann mir das irgendwie schlecht vorstellen. Ja, da kann ich dir auch nicht eine allgemeingültige Antwort geben. Also was ich sehe, bei den meisten ist es, in den meisten Gemeinschaften ist es ein vollkommener Mix von dem, was da ist. Also wir haben etwa ein Drittel unserer Arbeitenden arbeiten nur für die Gemeinschaft, ein Drittel arbeiten für die Gemeinschaft und irgendwo für irgendwas. Also entweder gehen sie noch woanders hin oder sie sind freiberuflich und ein Drittel arbeitet nur für oder woanders. So ungefähr, so ist es bei uns. Das ist in anderen Gemeinschaften anders. Aber meistens gibt es einen Mix. Also das ist so mal, wo die Leute arbeiten und und vom Verdienst ist und wie man mit Geld umgeht, ist auch tatsächlich unterschiedlich. Es gibt Gemeinschaften, die haben eine gemeinsame Ökonomie, die werfen alles, was ein Einkommen ist, zusammen in einen Topf und leben daraus. Kannst du dir ungefähr vorstellen, was da für Prozesse dabei sind, wenn ich mal mir ein teures Mountainbike kaufen will oder jetzt meine, nach Mallorca zu einem Workshop fahren zu müssen und ich will mir das Geld daraus nehmen, so ungefähr. Ich überspitze das jetzt ein bisschen. Es gibt auch welche, die haben Einkommens- und Vermögensökonomie. Das heißt, alles, was du auch besitzt, gehört allen gemeinsam. Da potenziert sich das alles noch ein bisschen, was da so an Prozessen läuft. Wir haben das nicht. Bei uns ist alles transparent. Wir machen einmal im Jahr Ökonomietage, da schreibt jeder, alles Auffassung hat. Also, welches Einkommen, welche Schulden, welche Lebensversicherungen oder Versicherungen, welche Erbschaft zu erwarten ist, welche Mieteinkünfte irgendwo, Arbeitslosengeld oder was auch immer. Es ist in riesigen Tabellen überall sichtbar, das heißt, jeder weiß von allen. Kommt manchmal dann halt auch hoch, wenn jemand für die Genossenschaft arbeitet und sagt, er braucht mehr Geld. und wir wissen aber, wie die Struktur ist. Dann gibt es schon so Diskussionen wie, warum brauchst du mehr oder weniger Geld? wie ist deine Lebenssituation? Wozu, wo laufen deine Kosten auf? Also, nicht böse, sondern wissen wollend, glaube ich, ist das. Und klar, es gibt bei uns auch keine einheitlichen Gehälter. Also, einer in der Küche kriegt ein anderes Gehalt als einer, der bei uns in der Schule arbeitet. Und das ist strukturbedingt. Unsere Schule wurde fast geschlossen einmal, weil einer unserer Lernbegleiter nicht genug verdienen wollte für das Regierungspräsidium. Wir mussten dem dann mehr zahlen, als er eigentlich wollte. also das gibt es auch. War nur ein kleines Beispiel. Aber es gibt eigentlich alle Formen und es ist aber ein Transparenzsystemer. Sowohl Geld verdienen, wo Geld verdienen, wie viel man hier reingibt und so weiter. Also, da kann ich gar keine generelle Antwort geben. Was ich nur weiß, ist, bei den meisten gibt es halt einen Eintritts, so heißt es nicht, so heißt es, Genossenschaftsanteile kaufen. Ich sage, ich verkürze es jetzt als Eintrittsgeld, zum Beispiel, um da, um Genossin oder Genosse zu werden. Und das ist in jeder Gemeinschaft anders. Und es gibt, was nicht monetär und trotzdem monetär ist, wir arbeiten vier Stunden pro Woche, jeder Erwachsene für die Gemeinschaft. Und das sind Instandhaltungsarbeiten, Gartenarbeiten, Cateringarbeiten, Putzdienste, was auch immer. Und das ist natürlich auch ein Wert, wir schaffen oder erhalten Werte und schaffen Werte durch unsere Arbeit, die aber nicht bezahlt wird. Aber trotzdem, es steigt ja der ganze Wert von unserem, sozusagen, unserem, mit dieser Terminus, aber Vermögen. Und ist es dann mit monatlichen Abgaben quasi oder zahlen da dann im Prinzip Miete? Ja, also es gibt verschiedene Kosten und da kann ich nur für Tempelhof reden, weil bei den anderen das ist so ähnlich und nicht immer gleich, aber wir haben Miete, zahlen wir, wir zahlen Gelder in Sozialfonds, das sind unsere Gelder für Menschen, die in Not geraten und Geld brauchen. Wir zahlen Geld für das CSA, Community Supported Agriculture, oder solidarische Landwirtschaftsprodukte und wir bezahlen Geld für das, dass wir gemeinsam gekocht kriegen und gemeinsam essen können. Also wir haben eine Küchencrew von vier oder fünf Köchen und jeden Tag wird für alle gekocht, die sich anmelden und dann essen wir gemeinsam. Und wir haben zu etwa 70 Prozent sind wir Selbstversorger, aber diese Produkte werden halt mit diesem Geld über unser Gärtnerteam praktisch hergestellt. also wie gesagt, Miete, CSA, Sozialfonds, klar, es gibt einen Mitgliederbeitrag für den Rufladen, es gibt einen Carsharing-Beitrag, ich glaube, das war's. Ich glaube, das war's. Aber das heißt, ich könnte jetzt einfach sagen, ich behalte meinen Homeoffice-Job und ziehe einen Ökodorf und teile eben über allem mein Gehalt. Also ne, warte, das gibt solche Gemeinschaften, wo du dein Gehalt dann teilst, bei uns ist das nicht so. Du kriegst dein Gehalt und das ist deins. Wir haben keine gemeinsame Ökonomie. Nur der Anteil eben für bestimmte Dinge. Also, ja, wie ich gesagt habe, Miete oder CSA oder so. Das schon, aber das sind, das könnte man auch sagen, das ist nur ein altes Denken, das ist Bezahlen für, bezahlen für Wohnen, bezahlen für Essen, so. Zum Beispiel die Gemeinschaft Freie Feldlage im Harzgerode, die macht gemeinsame Einkommensökonomie. Alles, was wer erwirtschaftet, und das wäre jetzt praktisch dein Gehalt, kommt in einen Topf und das wird unter allen so verteilt, wie der Bedarf ist, würde ich sagen. Und könntest du ganz grob sagen, wie praktisch die ganzen Abgaben dann pro Person im Monat sind? Also, nur so grob, Größenordnung? Also, ich glaube, wir zahlen Mieten so zwischen viereinhalb und sechs Euro pro Quadratmeter. Ich hoffe, ich sage, was richtig ist. Wir zahlen CSA, also diese Selbstversorgung und Bekochen, die wir gemeinsam haben, da ist der Richtwert etwa 325 Euro im Monat. Und dafür hast du dann eigentlich die ganzen Produkte, die wir herstellen, das ist Gemüse und Obst und Brot und Eier und ein Teil von zugekaufter Ware ist dann da mit drin und du hast Mittagessen gekocht und Frühstück und Abendessen wir auch mit drin. Sozialfonds, also es gibt einen solidarischen Beitrag für die Landwirtschaft, der ist 50 Euro, der ist fix, egal ob du da mit isst oder nicht. Der Sozialfonds sind 22 Euro im Monat und was habe ich jetzt noch vergessen? Miete, nach neben Miete habe ich gesagt und dann gibt es halt noch so kleinere Kosten, wenn du Mitglied bist im Mitgliederladen und so weiter. Ja, ich meine, es ist ja angenehm, wenn man jetzt gekocht, bekocht wird sozusagen. Hast du jetzt noch eine Frage, Linda? Irgendwas war noch? Ah, ich wollte noch fragen, wie es generell mit kurzzeitigen Aufenthalten aussieht. Kann man auch sagen, man kommt mal ein halbes Jahr vorbei oder bindet man sich da irgendwie gleich für mehrere Jahre? Also als Besucherin und zum Schnuppern und so gibt es verschiedene Möglichkeiten. Da gibt es eine Gasthelferwoche oder wenn man jemanden kennt, dass man auch mal Privatgast ist eine Weile. Es gibt die Möglichkeit bei uns am Tempelhof und da weiß ich es leider nicht genau, wie die anderen Gemeinschaften das machen, Langzeitgast zu sein, indem man zum Beispiel und das ist fast Bedingungen, dass man in einem Projekt mitarbeitet, also in der Landwirtschaft oder im Catering oder in der Schule oder wo auch immer. So im Dorf wohnen als nur Gast ohne praktisch innere Anbindung geht irgendwie nicht. Das hat was damit zu tun, weil wir doch irgendwie Familie sind und sehr eng miteinander und sehr viel teilen und sehr persönlich sind und da macht es auf Dauer nicht Sinn, dass einer nur so irgendwie so voyeuristisch, ich überspitze es jetzt, so voyeuristisch da mitlebt. Wenn die innere Anbindung an irgendeine Arbeitstätigkeit oder an ein Projekt oder eine Betreuung von jemandem oder so ist, dann macht es viel mehr Sinn. Also sich einbringen mehr oder weniger, egal wo, also ob das jetzt Landwirtschaft ist oder man hilft dort in der Küche oder irgendwas anderes. Genau. Und besuchen kann man die Gemeinschaften alle über eben verschiedene Möglichkeiten, wenn man da mal anfragt. Spannend. Hat denn noch jemand anders von der Gruppe eine Frage? Keiner mehr? Wir sind sehr gut in der Zeit. Ich hätte noch eine. Einfach auch das Thema bei so großen Gemeinschaften, wie ist es denn da, wo man ja fast alles offenlegt und auch sein persönlichstes. Wie ist das da mit Gruppenbildung eigentlich? Gibt es so was da, dass es auch mal so Außenseiter gibt oder auch mal Gruppen in der Gemeinschaft, die so ein bisschen extra sind oder wie lässt sich das so ausgleichen? Das ist ein gutes Thema, auch nicht ganz einfach zu beantworten. Wir haben angefangen vor jetzt 10, 11 Jahren mit einer Gruppe mit 20 und sind jetzt 150. Und als ich eingestiegen bin, da waren wir etwa so um die 40. Und damals weiß ich noch, also da ist mir irgendwie der ganze Tag so aufeinandergehockt mit allem Möglichen, was da zu tun war. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, ich kenne alle und ich kenne alle ziemlich gut. und es war überhaupt kein Problem, abends zusammenzusitzen am Feuer oder im Seminarraum oder in einem Dorfplenum, die zum Teil zwölf und mehr Stunden gingen. Also das muss man sich auch vorstellen. Also in solchen Entscheidungsgremien. das wird immer schwieriger mit, je mehr Leute das werden, weil nicht mehr so viel Zeit ist, nicht mehr so viel Räume ist und auch es zum Teil schwieriger wird, einfach vor 70, 80 Leuten zu sprechen. Ja, das muss man mit persönlichen Themen schon auch hinkriegen. und ja, ich kann, vom Herz her bin ich hier mit allen zu Hause und wenn ich kann, dann suche ich mir meine Gruppen in kleineren Räumen umzusprechen. Und wenn man Menschen studiert und Gruppen, dann weiß man, dass ab etwa 80 Menschen das langsam aufhört, als Gruppe zu sein und meistens trennen die sich dann. Also meistens ist so, bei 150 werden es zwei Gruppen und deswegen ist es interessant, dass die großen Gemeinschaften auch in Deutschland und in Europa und überall bei 150 im Moment alle angekommen sind. Und da kommen mal ein paar dazu und da gehen aber wieder ein paar weg und es, die Hürde hat noch keiner so richtig geschafft. In Tamera sind sie ein bisschen mehr, aber die haben ganz klar andere Bezugsgruppen, so nennen die sich auch. Und bei uns ist es schon auch so, dass sich langsam Menschen finden und sagen, wir machen unsere eigene Gruppe. Das Tempelfeld um das Oership rum zum Beispiel, das sind etwas über 20 Menschen, die sind sehr für sich, die machen ihre eigenen Sozialprozesse, kommen trotzdem noch ins Große, aber sind doch viel unter sich, ihre eigene Ökonomie verwalten, Teile ihres Geldes, ihrer Anlagen Außen und die sind sehr selbstständig, weil sie es anders gerne mehr fassen können. Susa hat auch noch eine Frage, damit wir noch im Zeitfenster sind. Ich würde sagen, das dürfte eh bald die letzte Frage sein jetzt. Eine ganz kurze Frage, auch eine technische nur. Du hattest vorhin gesagt, dass es einen Verein gibt und eine Stiftung. Da kann man bestimmt ganz viel drüber reden. Kannst du ganz kurz sagen, warum zwei Formen, Rechtsformen? Ja, die Stiftung, der gehört das Land und die Genossenschaft pachtet alles, was drauf ist. Und ich glaube, ehrlich gesagt, ich bin da gar kein, ich bin da nicht so richtig involviert, aber das hat irgendwas auch eben rechtliche Gründe und ich kann dir das gar nicht genau sagen. Der Verein macht bei uns alles, was kulturell ist und Schule und ist irgendwie nochmal anders aufgestellt. Da müsste ich jetzt selber mal mich schlau machen, was, warum, wie ist. Das ist auf jeden Fall möglich, drei verschiedene Rechtsformen, um das so zu konstruieren. Genau. Und jetzt gründet sich gerade zum Beispiel noch eine Baugenossenschaft für weiteres Bauen, auch woanders Bauen, also so hin. Ja, vielen Dank. Ja, so hybride Gemeinschaften, so unterschiedliche Möglichkeiten. Ja, klar. Es ist ja auch mit Baugrund jetzt auch nicht mehr ganz so einfach, insofern muss man da auch schauen, ob man noch Grundstücke überhaupt bekommt, um die zu pachten, wenigstens. Das geht ja auch, aber auch da wird es jetzt ein bisschen eng langsam. Du weißt es ja besser. Wir haben da ja viel damit zu tun. Ja, ja. Gerade so große Gemeinschaften, da ist nicht mehr so viel Möglichkeit, vor allem in den alten Bundesländern. Würde ich jetzt sagen, im Osten gibt es schon noch einiges, ja. Ganz. In Norden und in den östlichen Bereichen, ja. Ja, ich würde sagen, wir sind schon so gut wie am Ende. Wenn jetzt wirklich niemand mehr eine Frage hat, die Stefanie beantworten kann, aber ich sehe jetzt auch niemand, der sich am Ende hat. Ich hätte gesagt, dass wir uns auf ein Netzwerk treffen, der Gemeinschaften treffen könnten. Das ist immer im Frühjahr, im Juni, aber wir hatten heute Vorstandssitzung und deswegen, ich sage es, es gibt normalerweise solche großen Treffen, auch von den Kommunen zum Beispiel. Und ich weiß nicht, ob ich das dieses Jahr durchziehe. Wir entscheiden das nächste Woche. Das ist halt auch, ich habe das jetzt zweimal organisiert, auch für Gen Europe, für das Europäische Dachverband, da gibt es auch das Gen Europe Gathering, habe ich letztes Jahr für tausend Leute geplant. Oh Gott, das bin ich. Und vier Wochen vorher absagen müssen. Oh je. Und das sind eigentlich auch so Anknüpfpunkte, Festivalcharakter, ganz einfach mit den Leuten in Kontakt zu gehen, das zu sehen, wie so ein Ort aussieht, gemeinsam zu feiern und aber auch Workshops zu machen und einzutauchen in unterschiedlichste Felder, Permakultur und freie Bildung und was weiß ich. Weiß ich nicht, dieses Jahr, ihr müsst mal auf der Homepage gucken, würde mich wundern, wenn wir es richtig hinkriegen. Dieses Jahr wäre es im Schwarzwald in Scherenbach, aber ich glaube fast nicht. Ich hoffe ja, dass wir das alle gut überstehen und dass es bald wieder anders wird, so generell. Das ist für alle ja inzwischen ziemlich belastend. Stefanie, es war wunderbar, die Ersten haben sich ja schon verabschiedet. Vielen herzlichen Dank für den tollen Vortrag und für die Beantwortung der Fragen, weil es war wirklich, also da gibt es ja eigentlich, kann man ja noch viel länger drüber sprechen. Ja, mancher traut sich vielleicht auch nicht zu fragen, was ich immer ein bisschen schade finde, weil sowas lebt ja danach auch durch Kommunikation, aber fürs Erste war es schon richtig toll. Es war ja immerhin unsere erste Veranstaltung heute. Da bedanke ich mich sehr, sehr herzlich bei dir und ich bedanke mich bei allen Teilnehmern, dass ihr da wart und ja und hoffen, dass wir euch im Mai, am 20. Mai ist die nächste Rätseli-Veranstaltung mit den Zukunftsorten mal schauen, ob wir uns da wiedersehen. Ich danke auch für die Einladung. Ja, sehr gerne. Also ich wünsche einen wunderschönen Abend und wir sagen allen Tschüss. 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 Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Danke, Karin. War so nett. Wir sprechen uns noch, liebe Stefanie. Bleibe ich dran? Ja. Okay. Ja, super. Genau. Genau. So. Vielen Dank.